Buchlinge, es wird Zeit, dass ich euch von den Hörbüchern erzähle, die ich im September beendet habe. Und zwar waren das nur in Anführungsstrichen drei Stück, also verglichen mit dem August wirklich, wirklich wenig. Ich spreche in dieser Podcast-Folge über Mr. Peer-Drews Sammlung der verlorenen Dinge von Ruth Horan Verstand und Gefühl von Jane Austen und Witwen-Dramen. Bei Witwen-Dramen handelt es sich um ein Theaterstück und ich weiß nur, dass der Autor oder die Autorin Fitzgerald mit Nachnamen heißt. Bevor ich es vergesse, bei Verstand und Gefühl von Jane Austen und bei Witwen-Dramen handelt es sich um Rezensionsexemplare, die mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurden. Unten in der Infobox warten wieder die Links zu den Rezensionen für euch. Sofern sie bereits erschienen sind und das altbekannte Inhaltsverzeichnis. Wir beginnen jetzt mit Hörbuch Nummer eins. In Mr. Peer-Drews Sammlung der verlorenen Dinge geht es, wie der Name schon sagt, um Anthony Peer-Drew, der verlorene Dinge sammelt. Wer hätte das gedacht? Anthony ist eigentlich Autor, aber schon berentet und hat eines Tages selber einen wichtigen Gegenstand verloren. Und er hofft natürlich, diesen Gegenstand irgendwann wiederzufinden. Und daher hat er es sich zur Aufgabe gemacht, verlorene Gegenstände zu sammeln, in der Hoffnung, sie irgendwann dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben zu können. Und dabei wird er von seiner Assistentin Laura unterstützt. Ihr wisst, was jetzt kommt, die Hörprobe. Er ging wieder in die Diele, nahm einen einzelnen Schlüssel aus der Hosentasche und schloss eine schwere Eichentür auf. Er holte seine Tasche, die er auf dem Boden abgestellt hatte, betrat den Raum und machte leise die Tür hinter sich zu. Regale und Schubladen, Regale und Schubladen, Regale und Schubladen. Drei Wände waren vollständig bedeckt. Jedes Regal war beladen, jedes Schubfach, gefüllt mit einem traurigen Sammelsurium, in vierzig Jahren gesammelt, beschriftet und beheimatet. Die spitzen Gardinen vor der Verandatür nahmen dem hellen Licht der Nachmittagssonne die Kraft. Durch den Spalt zwischen ihnen drang ein einzelner mit glitzernden Staubkörnern durchsetzter Strahl ins Halbdunkel. Der Mann nahm die Huntley & Parmers Kekstose aus seiner Tasche und stellte sie vorsichtig auf einen großen Margoni-Tisch, die einzige freie Oberfläche im Raum. Er hob den Deckel und untersuchte den Inhalt. Eine hellgraue Substanz von der Beschaffenheit grobkörnigen Sandes. Etwas Ähnliches hatte er vor vielen Jahren im Rosengarten hinter dem Haus verstreut. Aber das hier waren doch bestimmt keine menschlichen Überreste. In einer Keksdose im Zug stehen gelassen? Er machte den Deckel wieder zu. Er hatte versucht, die Dose im Bahnhof abzugeben, doch der Schaffner, davon überzeugt, dass es Müll war, schlug vor, er solle sie in den nächsten Abfalleimer werfen. Sie würden sich wundern über den Schrott, den die Leute in Zügen lassen, sagte er, und entließ Anthony mit arrogantem Schulterzucken. Anthony überraschte nichts mehr. Doch ein Verlust, ob groß oder klein, bewegte ihn immer. Aus einer Schublade nahm er einen Gepäckaufkleber aus braunem Papier und einen Füllfederhalter mit goldener Feder. Sorgfältig hielt er mit schwarzer Tinte zuerst das Datum und die Uhrzeit fest, dann den Fundort. Sehr penibel. Huntley & Palmers Keksdose enthält Überreste einer Einäscherung, gefunden im sechsten Waggon von vorn, im Zug um 14.42 Uhr von London Bridge nach Brighton. Verstorbener unbekannt. Der Herr sei mit dir, Ruhe in Frieden. Zärtlich streichelte er den Deckel der Dose, bevor er in einem der Regale eine Lücke fand und sie sanft hineinschob. Hörbuchfans unter euch haben den Sprecher wahrscheinlich erkannt. Die Geschichte wird nämlich von Rufus Beck gelesen. Und das war auch ein Grund, warum ich dieses Hörbuch unbedingt haben wollte. Also ich fand schon, dass der Inhalt interessant klang, aber Rufus Beck war so der ausschlaggebende Grund, wo ich dachte, okay, die Lesung wird sicher gut. Und dann habe ich leider mit dem Hörbuch begonnen und musste feststellen, dass ich ziemlich lange gebraucht habe, um in die Geschichte reinzukommen. Und ich habe mich gefragt, warum. Weil ich mochte, also ich mag Rufus Beck nach wie vor als Hörbuchsprecher, aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass die einzigen Hörbücher, die ich bisher von Rufus Beck gehört habe, also gelesen und gehört habe, ihr wisst, was ich meine, Kinder- und Jugendbücher waren. Und dort, finde ich, hat er nochmal eine lebendigere Interpretation. Er verstellt zum Beispiel seine Stimme bei anderen Charakteren. Und in Kinderbüchern und Jugendbüchern gibt es halt auch viele Dialoge. Das heißt, da kann er sich auch richtig entfalten. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und hier war so ein Schreibstil, der im Grunde wenig Dialoge enthielt und dafür aber viel, viel indirekte Rede. Dennoch fand ich es einen schönen Schreibstil. Und der Schreibstil hat auch wirklich gut zur Geschichte gepasst. Zur Handlung selbst. Die Handlung ist wirklich sehr, sehr zauberhaft. Es gibt verschiedene Perspektiven, von denen man sich lange fragt, wie sie wirklich zusammengehört haben und ob es da wirklich eine Parallele gibt. Aber zum Schluss passt einfach alles so gut zusammen. Ich habe die Geschichte wirklich gerne gehört. Und ich will gar nicht so viel über den Inhalt verraten. Einfach aus dem Grund, weil ihr ihn selbst entdecken sollt. Und je mehr ich über den Inhalt rede, desto größer ist die Spoiler-Gefahr hier in diesem Falle. Kommen wir zum Schluss noch zu den Eckdaten. Das Hörbuch ist letztes Jahr bei Hörbuch Hamburg erschienen. Und zwar in einer ungekürzten Fassung. Und wie bereits erwähnt, wird die Geschichte von Rufus Beck gelesen. Angaben zur Spieldauer habe ich jetzt leider nicht gefunden. Es kann aber auch einfach sein, dass ich diese auf der Homepage überlesen habe. Kommen wir nun zu Hörbuch Nummer 2, nämlich Verstand und Gefühl von Jane Austen. In der Geschichte geht es um die Schwestern Eleanor und Marianne, die im heiratsfähigen Alter sind und somit ihr Glück mehr oder weniger freiwillig in der Liebe suchen. Und ich beschließe jetzt einfach mal mit euch in die Hörprobe zu springen. Eva Mattes liest Verstand und Gefühl von Jane Austen Die Familie Dashwood war seit langem in Sussex ansässig. Ihr Besitz war ausgedehnt und ihr Herrenhaus lag in Norland Park, im Zentrum ihrer Ländereien, wo sie viele Generationen lang auf so achtbare Weise gelebt hatten, dass sie bei den Bekannten in der Umgebung allgemein in hohem Ansehen standen. Der vorherige Eigentümer des Besitzes war ein Junggeselle, der ein sehr hohes Alter erreicht und in seiner Schwester viele Jahre lang eine ständige Gefährtin und Haushälterin gehabt hatte. Aber ihr Tod, der zehn Jahre vor seinem eigenen eintrat, brachte große Veränderungen in seinem Haus mit sich, denn um ihren Verlust zu ersetzen, lud er die Familie seines Neffen Mr. Henry Dashwood ein, des gesetzlichen Erben von Norland, dem er den Besitz ohnehin vermachen wollte, in seinem Haus zu leben. In der Gesellschaft seines Neffen und seiner Nichte und ihrer Kinder verbrachte der alte Herr seine Tage in großer Behaglichkeit. Alle wuchsen sie ihm mehr und mehr ans Herz. Die ständige Sorge von Mr. und Mrs. Henry Dashwood um sein Wohlergehen, die nicht bloßem Eigennutz, sondern echter Herzensgüte entsprang, gewährte ihm all die Bequemlichkeit, die er in seinem Alter brauchte, und die Ausgelassenheit der Kinder gab seinem Leben einen zusätzlichen Reiz. Aus einer früheren Ehe hatte Mr. Henry Dashwood einen Sohn, von seiner jetzigen Gemahlin drei Töchter. Der Sohn, ein zuverlässiger, angesehener junger Mann, war durch das beträchtliche Vermögen seiner Mutter, das bei seiner Volljährigkeit zur Hälfte in seinen Besitz gekommen war, großzügig versorgt. Durch seine eigene Heirat, die kurz darauf stattfand, vergrößerte er sein Vermögen noch weiter. Die Nachfolge auf Norland war also für ihn nicht so unbedingt wichtig wie für seine Schwestern, denn ihr Vermögen würde ohne das, was ihn durch den Anspruch ihres Vaters auf den Besitz zufallen würde, nur gering sein. Ihre Mutter hatte nichts, und ihr Vater nur 7000 Pfund zu seiner eigenen Verfügung, denn die restliche Hälfte des Vermögens seiner ersten Frau sollte ebenfalls an ihren Sohn übergehen, und er verfügte darüber nur zu seinen Lebzeiten. Der alte Herr starb. Sein Testament wurde eröffnet und gab wie fast alle Testamente ebenso Anlass zur Enttäuschung wie zu Freude. Er war weder so ungerecht noch so undankbar, seinem Neffen den Besitz vorzuenthalten, aber er vermachte ihn ihm unter Bedingungen, die das Erbe zur Hälfte wieder entwerteten. Buchlinge, wir haben hier eine Geschichte, die ich euch wieder als Hörbuch empfehlen kann, und zwar ausschließlich als Hörbuch. Ich weiß nicht, ob ich das in einer der letzten Podcast-Folgen erzählt habe, aber ich habe das Buch ja abgebrochen, also Verstand und Gefühl, und mich dann für die Hörbuchfassung entschieden, weil ich so Probleme mit dem Schreibstil hatte und einfach gehofft habe, dass das ein Hörbuchsprecher, in dem Fall zum Glück Eva Mattes, irgendwie noch ein bisschen auffangen kann. Und ich muss sagen, die Geschichte hat mir zwar von der Interpretation her sehr gut gefallen, aber leider nicht wirklich vom Inhalt. Das liegt einfach daran, dass ich Jane Austen Schreibstil unglaublich langatmig finde und sie kaut uns einfach unglaublich viel vor. Also das heißt, sie beschreibt, mit beschreiben meine ich, dass sie uns einfach erklärt, wie die Protagonisten denken, wie unsere Charaktere denken, und wenn sie uns das nicht erklärt, dann lässt sie zwei Charaktere, einen Dialog haben und in diesem Dialog erörtern sie, was denn Charakter 3 denkt oder wie Charakter 3 sich in Situation X entscheiden sollte. Und die Dialoge fand ich dann noch recht unterhaltsam, aber ja, dieses ganze Vorkauende hat es für mich unglaublich zäh gemacht, weil ich da nicht wirklich mitfiebern konnte, weil mir ja quasi der ganze Inhalt vorgegeben wurde. Und auch über den Inhalt möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil ich der Meinung bin, und man hätte ihn gut zusammenkürzen können. Kommen wir jetzt noch zu den guten Seiten von dem Hörbuch. Und zwar kam ich mit den beiden Protagonistinnen, Eleanor und Marianne, sehr gut zurecht. Eleanor ist so ein bisschen rational und schafft es, ihre Gefühlswelt gut vor der Außenwelt zu verstecken, also vor Freunden und Familien. Und Marianne hingegen ist einfach sehr emotional und man merkt ja einfach deutlich an, wie es ihr geht, was ja auch nicht schlimm sein muss. Dann fand ich es auch sehr interessant, einen Roman zu lesen, der im 18. Jahrhundert spielt und auch von einer Autorin geschrieben wurde, die in der Zeit einfach gelebt hat. Weil heutzutage ist es ja so, Ken Follett setzt sich hin, recherchiert eine Runde und schreibt dann irgendwie einen historischen Roman. Aber das, was er dann beschreibt, beruht einfach nur auf Recherche. Und Jane Austen hingegen greift ja in ihrem Roman quasi die Konflikte auf, die in der damaligen Zeit einfach wichtig waren. Zum Beispiel in der Hörprobe merken wir, dass einfach Geld ein sehr wichtiges Thema war. Also die Frage war, wie viel Besitz hat man, von was kann man leben? Und mir hat die Hörbuchgestaltung, also die Interpretation von Eva Mattes, unglaublich gut gefallen. Sie hat die Dialoge toll gelesen und hat es auch geschafft, so bestimmte Aspekte von der Geschichte hervorzuheben. Es gab nämlich beim Lesen so viele Momente, wo mir nicht klar war, wie unsere Protagonistinnen jetzt über manche Nebencharaktere denken. Und es gab Situationen, in denen irgendetwas passiert ist, wo ich auch nicht wusste, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und das konnte Eva Mattes einfach stimmlich noch so ein bisschen besser herausarbeiten, sodass mir irgendwie klar war, wie man das Verhalten oder die Situation jetzt zu deuten hat. Und wirklich, Eva Mattes hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich dieses Hörbuch zu Ende gehört habe. Kommen wir zum Schluss zu den Eckdaten. Das Hörbuch Verstand und Gefühl von Jane Austen ist 2006 im Aaron Verlag erschienen, und zwar in einer ungekürzten Lesung. Es liest Eva Mattes, das Hörbuch hat eine Laufzeit von 12 Stunden und 15 Minuten. Und was den Preis betrifft, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Auf der Verlagseite steht, dass das Hörbuch 50 Euro kostet, beziehungsweise 49,99 Euro. Aber als ich heute die Rezension vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass es das Hörbuch bei meiner Buchhandlung als Download, ich glaube für 15 oder 20 Euro gibt. Und es gibt wohl auch zwei unterschiedliche Fassungen. Also noch eine Hörbuchfassung mit einer anderen Sprecherin. Kommen wir zum Schluss zu meinem kleinen Monatshighlight, und zwar Witwendrahmen von Vorname nicht gefunden Fitzgerald. Hier handelt es sich um keinen klassischen Roman, sondern um ein Theaterstück, in dem es um drei Witwen geht, die im Grunde die Konflikte des Witwendaseins so ein bisschen hocharbeiten. Zum einen von dem Gefühl, endlich frei zu sein, bis hin zu den Sachen, dass sie dem Partner in Anführungsstrichen nicht loswerden und er sie immer noch begleitet. Und auch der Frage, wie sie den Rest ihres Lebens verbringen. Wir springen in die Hörprobe. Ich heiße Helene Weigel. Ich bin die Witwe des Stücke-Schreibers Berthold Brecht. Ich habe seine Gedichte immer geliebt, auch die ganz unscheinbaren und besonders die kleinen, wie das hier, aus den Bukor Elegien. Der Rauch. Das kleine Haus unter den Bäumen am See, vom Dach steigt Rauch. Fehlte er, wie Trostlustern wären, Haus, Bäume und See. Schön. Naja, Berthold hat sich nie etwas aus der Natur gemacht. Er mochte die vom Menschen umgestaltete Natur. Seine Aktivität machte die Natur für ihn erst bewohnbar. Und deshalb dachte ich, hatte auch dieses Bild vom Rauch gewählt, das mich immer an japanische Tuschzeichnungen erinnert. Aber nun musste ich erfahren, dass Berthold mit dem Rauch etwas ganz anderes im Sinn hatte. Der Rauch, der aus dieser Karte aufstieg, und immer dann, wenn er im Buku war, war das Zeichen für sturmfreie Bude. Dieser Schlampe, diese schlechte Schauspielerin, deren Name ich mich weigere, hier auszusprechen und der Öffentlichkeit preiszugeben, schürte immer dann, wenn sie ihn vögeln wollte, erst mal den Ofen an, damit der Schornstein qualmte. Und nun hasse ich dieses Gedicht. Dann haben sie noch mal aufgemacht. Und wie sie gesehen haben, dass nichts mehr zu machen ist, haben sie ihn gleich wieder zugemacht. Das hätten sie auch sparen können. Ich konnte meinen nicht mehr ansehen. Meine Tochter hat ihn sich angesehen. Die hat heute noch Albträume. Wissen Sie, was mich die Beerdigung von meinem Mann gekostet hat? Dafür hätte ich ungelogen einmal um die Welt fliegen können. Wir sind so lang gegangen, durch Glück und Freude und Leid. Was wir auch angefangen, wir waren stets zu zweit. Nun hast du mich verlassen, schwebst fern auf unserer Wolke. Halt frei den Platz an deiner Seite, wenn ich der einst dir folge. Mädels, das werde ich euch nie vergessen, dass ihr mitgegangen seid. Aber das ist doch selbstverständlich. Alleine hätte ich das nie geschafft. Und jetzt, wo ich da bin, möchte ich am liebsten wieder weg. Eine Viertelstunde musst du schon durchhalten. Wozu soll das gut sein? Dann fühlt sie sich besser, ich schwör's dir. Besser? Mir ist ja jetzt schon schlecht. Richtig schlecht. Braucht'n Schnaps. Aber... Sonst halte ich das nicht durch. Aber du kannst doch jetzt nicht... Du kannst doch jetzt keinen Schnaps trinken, du stehst an seinem Grab. Na und? Haha, und wie ich das kann? Buchlinge, ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich die Hörprobe gar nicht so gut gewählt finde. Und zwar gibt es in dem Stück viele Momente, in denen die drei Sprecherinnen wirklich gut miteinander harmonieren und es eine richtig gute Dynamik gibt. Und genau so eine von diesen Szenen hätte ich für die Hörprobe ausgewählt. Die Geschichte wird von den drei Talbach-Frauen gelesen, und zwar Katharina Talbach, Anna Talbach und Neli Talbach. Ich weiß nicht, ob ihr so die Theatergänger seid, aber es gibt ja Theaterstücke, die keine klassische Rahmenhandlung haben. Hier ist es so, dass es natürlich drei Witwen gibt, aber die Sprecherinnen auch immer wieder Sequenzen vortragen, in denen es um echte, prominente Witwen geht. Wie zum Beispiel in der Hörprobe. Und da hat mir manchmal so der Übergang gefehlt zwischen prominenter Witwe hin zu fiktiver Witwe. Ich fand es aber schön, dass dieses Witwen-Dasein in den verschiedenen Aspekten in diesem Stück gut zur Geltung gekommen ist. So zum einen dieses Aufatmen, dass man jetzt endlich wieder so leben kann, wie man möchte, weil man sich keinem mehr verpflichtet fühlen muss und keinen Ehemann in Anführungsstrichen bedienen muss. Aber dann auch die große Einsamkeit, ja große, jo, die große Einsamkeit, so dieses Zurückbleiben und die Frage, wie man jetzt den Rest des Lebens am besten verbringen soll. Und dann natürlich auch die Frage, was denn die Ehe auch bisher ausgemacht hat, beziehungsweise wie die Ehe denn aussah, bevor der Partner gestorben ist. Und das war wieder so eine Lesung, die mir unglaublich Lust auf ein Theaterstück gemacht hat. Ich war ja früher tatsächlich öfter mal im Theater, was einfach daran lag, dass ich in einer Stadt gewohnt habe, die auch ein wirklich gutes Theater zu bieten hatte. Also wenn jemand von euch irgendwie in der Nähe von Marburg wohnt, geht dort in das Theater und besucht es für mich. Was ich an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen sollte, in diesem Hörbuch gibt es sehr viel schwarzen Humor. Also ich fand, es gab schon so ein paar Sprüche, Witze, die wirklich unter die Gürtellinie gehen, wo ich dachte, wenn es jetzt irgendwen gibt, der gerade seinen Partner auf irgendwelche Weise auch immer verloren hat, sollte er das Hörbuch vielleicht nicht unbedingt hören. Aber man muss auch dazu sagen, es ist eine Live-Lesung und dem Publikum haben diese schwarzen Humoranspielungen sehr, sehr gut gefallen. Also man hat die Leute sehr laut lachen hören. Kommen wir zum Schluss noch zu den altbekannten Eckdaten. Das Theaterstück Witwendrahmen wird von Random House Audio als szenische Lesung mit Untertitel Live-Mitschnitt bezeichnet, hat eine Spielzeit von 1 Stunde 13 Minuten und kostet 13 Euro. Es lesen Katharina Thalbach, Anna Thalbach und Neli Thalbach. Buchlinge, das war mein Hörmonat für September. Jetzt interessiert mich natürlich, was sind eure Highlights des Monats und welche Bücher haben euch enttäuscht? Schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir das, was ihr mir schon immer einmal schreiben wolltet in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen, hören, lesen uns bald. und wir sehen, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.